Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu Game Two. Unsere Themen für heute sind ... Psst, Nils, das ist doch noch geheim. Du hast recht, jetzt hätte ich fast verraten, dass wir heute in der Sendung Pillars of Eternity 2 Laserleak Unforgotten Enden haben. Ein Glück. Wenn Laserleak eine Moderation wäre, dann würde sie ungefähr so aussehen. Überall passiert was und plötzlich ... ist auch schon alles vorbei. Knallharte, blitzschnelle Multiplayer-Action so ... Schnell! Dass ... mann! ... hinterherkommt. Ob uns hier ein neuer E-Sport-Hit erwartet ... ... oder doch ne Dosis Ritalin ... ... das haben wir für euch rausgefunden. Die britischen Entwickler von Roll7 haben ein Patent auf Coolheit. Mit dem Skateboard lässige Tricks ziehen ist z.B. ziemlich cool. V.a., wenn man dafür haufenweise Preise einhypst. Und kriminelle Hohlbirnen zu breiballern, während man dabei lässige Sprüche droppt, ist auch ziemlich cool. Right, let's get this bastard! Sogar die Entwickler selbst sind cool. Ich mein, der Typ trägt Flipflops beim Interview. Fehlt nur noch ein Spiel, das nicht nur cool ist, sondern auch noch Future. Laser League. Im Jahr 2150 sind schnarchige Sportarten wie Fußball und Co. out. Hier wird Laser League gespielt. Zwei Teams, haufenweise Laser, riesige Stadien in Neonfarben und blitzschnelle Action. Schon auf den ersten Blick hat man einen ziemlich guten Eindruck, was einen bei Laser League erwartet. Ein typisches Roll7-Spiel eben, ehrlich und geradeaus. Einen großen Unterschied gibt es aber. Laser League ist durch und durch auf Multiplayer ausgelegt. Deshalb haben wir unsere vier fähigsten Pro-Gamer versammelt und im Two-Verses-Two aufeinander losgelassen. Oh Mann, ich bin echt so dumm mit dem ... Nix kann er. Zunächst aber zu den Regeln. Grundsätzlich spielen zwei Teams mit jeweils zwei, drei oder vier Spielern gegeneinander. Ziel ist es, alle gegnerischen Spieler zu eliminieren. Hier kommen die Laser ins Spiel. Diese spawnen in der Arena, sobald ein Spieler über einen bestimmten Punkt läuft. Die Farbe des Lasers zeigt dabei an, welchem Team der Laser gehört. Berührt ein Spieler einen gegnerischen Laser, scheidet er aus. Er kann aber wiederbelebt werden, wenn einer seiner Teamkollegen über seine Markierung am Boden läuft. Oh, und oben links tot. Was ist denn los? Oben links bin ich tot, Felix? Ach so. Schafft es ein Team, das gegnerische Team wegzulasern, gibt's einen Punkt. Erreicht ein Team drei Punkte, gewinnt es die Runde und zwei siegreiche Runden gewinnen das Match. Easy. Damit wären die Regeln klar. Nun fehlen unserem Supersport-Ereignis nur noch ein paar Kommentatoren. Also haben wir uns Profis geholt, die Erfahrung mit blitzschneller Action haben. Moin, ich bin Tam, ich bin Call-of-Duty-Caster, hab schon eine Menge Community-Call-of-Duty-Events gecastet, u.a. mit Sven. Ja, ich bin der Sven, du hast es gerade schon gesagt, angesprochen. Auch COD-Caster meistens bei der Cold World League anzutreffen, die kommentieren wir normalerweise. Heute haben wir uns hier zusammengefunden, um uns mal Laser League etwas genauer anzuschauen. Jetzt gehen wir rein hier. In das Match-up und das Orange-Team spielt Shock und Blade. Das sind relativ offensive Charaktere. Ach ja, das hätten wir fast vergessen. Es gibt sechs verschiedene Klassen, die jeweils über eine Spezialfähigkeit verfügen. Während Matthias als Shock-Klasse Gegner in seinem Einzugsbereich stunnen kann, verfügt Tims Klasse über einen Klingenangriff, der Gegner besiegt. Felix' Smash-Klasse verfügt über ein Schild, mit dem man Gegner in tödliche Laser schubsen kann. Und Sebastians Thief wandelt feindliche Laser in eigene um. Diese Fähigkeiten können aber erst eingesetzt werden, wenn die weiße Fähigkeitenleiste voll ist. Mindestens genauso wichtig sind die Power-Ups, die in der Mitte des Spielfelds auftauchen. Je nach Symbol haben die verschiedene Effekte und können beispielsweise die Farben der Laser umkehren oder sie ganz ausschalten. So, jetzt geht's aber los. Ja, und jetzt sind wir hier schon drin. Zwei Laser sind aktuell nur hier auf der Map gewesen für jedes Team. Jetzt kommen hier die nächsten dazu. Und sehr, sehr früh hier ein Spieler vom orangenen Team. Das war Tim, der ist hier dem Ganzen ganz am Anfang zum Opfer gefallen. Jetzt hier wieder das 2 gegen 2. Der Schock wird eingesetzt, trifft aber keinen damit. Hier vom blauen Team, da ist der Laser da. Alles ist gelb, jetzt aufpassen, die blauen Spieler. Da wird der Erste getaggt, der ist down. Und jetzt beide wieder revivet, die Karten werden neu gemischt. Und jetzt wird hier das Power-Plan eingesetzt, alles blau. Das hat er richtig schlau gemacht, richtig schön gewartet. Jetzt mal drauf hier, jawoll. Da ist nur noch Matthias übrig und der geht jetzt auch down. Und das ist hier die erste Runde auf das Konto vom blauen Team. Und da ist schon wieder der Erste down, nur noch ein Spieler für das blaue Team. Sebastian, der wartet auf den Revive. Gucken wir, ob der Felix hier ankommt. Er kommt an und damit haben wir wieder das ausgeglichen. Und da wieder zwei gefallen, der gelbe Spieler kommt da als Erstes rein. Aber Tim und Sebastian mussten nicht allzu lange warten. Wurden wieder revivet, das Spielfeld auch resettet. Jetzt fällt da unglücklich Sebastian dem Ganzen zum Opfer. Und da geht auch der letzte blaue Spieler down. Guck mal, er wollte durch die Wand und kommt auf der anderen Seite in den Laser raus. Das ist unglücklich. Auch wenn es natürlich klug gedacht ist hier, dadurch, dass man halt durch die Wände laufen kann, kann man da natürlich die ein oder andere schlaue Situation rausholen. In diesem Fall nicht ganz so erfolgreich. Gerade sieht es relativ ausgeglichen aus. Wobei, da wird der letzte Spieler auch noch ausgeschaltet. Jetzt muss ich mir das noch mal angucken. Er rennt hier voll in den aktivierten Laser rein. Das war der Felix, der eben da gerade mal eben so Juhel hier und weg mit dir, den Laser in die Nase gesteckt hat. Ja, jetzt blau wieder mit drei Lasern. Jetzt kommen natürlich auch die Nächsten dazu. Und Felix geht down, wird aber sofort wieder revived. Und ja, geht noch mal down. Gut, Felix. Nur gestunt, nur gestunt, nur gestunt. Oh, da wird er backenaded. Das war Blade, oder? Ja, genau, das war der Blade. Da haben wir ihn gesehen. Wird er aus dem Leben geschlitzt. Und es steht 2 zu 2. Also, jetzt der wirklich kritische Punkt. Ja, wir haben es aber gesehen. Nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde. So, das blaue Team. Hoffentlich bleibt Felix etwas länger am Leben als in den vergangenen Runden. Das sieht ja schon mal etwas besser aus. Und da kickt er den ersten auch schon hier raus. Der ist down gegangen und wird jetzt hier auch ausgeschaltet. Nur noch ein Spieler, das ist Tim. Und der versucht jetzt hier erstmal natürlich den Matthias zu... Wie der will leben, aber... Hat er gerade noch so eben hinbekommen. Er geht down als Trade sozusagen. Zwei am Leben, aber jetzt hier stillen. Powerhaft eingesetzt vom gelben Team. Und das sieht gar nicht gut aus hier für Team Blau. Für Felix und Sebastian. Sie müssen sich da irgendwie durchkämpfen. Und sie schaffen das auch tatsächlich. Umkehr jetzt noch mal aktiviert. Und dann geht der letzte gelbe Down. Und 3-2 und Team Blau holt sich hier. Ja, also das war wirklich krass, wie wirklich das Spielfeld halt wirklich umgedreht wurde. Man hat gedacht, gut, Team Gelb hat das. Safe, das können die nicht mehr abgeben. Und dann, ja, 1-on-Power-up und... Und so schnell kann es gehen. Die erste Runde geht also an Felix und Sebastian. Matthias und Tim geben sich aber nicht geschlagen und holen den ersten Punkt mit einem gekonnten Schlitzer. Oh, du... Zack! Scheißenstein. Ah! Boah. Die Kontrolle über die Laser ist zwar wichtig, Punkte gibt's aber nur, wenn der Gegner auch besiegt wird. Und das müssen Tim und Matthias am eigenen Leib erfahren. Nach wie vor kein Gewinner hier in dieser zweiten Runde. Ich weiß nicht genau, wie lange die schon spielen. Aber erst wieder Stehen-Power-up für Team Gelb. Und das sieht nicht gut aus. Aber wieder schafft es Felix da, seinen Mates zu reviven. Und wieder, ja, irgendwie stabilizen sie sich da durch und holen sie hier sogar die Runde. 1-1. Sie schaffen es nicht, den Sack zuzumachen. Team Blau gleicht aus und geht mit einem weiteren Punkt sogar in Führung. Das bedeutet Matchpunkt für Sebastian und Felix. Okay, den müssen wir jetzt holen. Ja, jetzt muss. Ja, muss. Und ist vorbei. Und das tun sie auch. Der erste Matchball ist abgewehrt. Eine weitere Chance bleibt Felix und Sebastian noch, das Match für sich zu entscheiden. Sebastian rennt stattdessen aber lieber in den Freitod. Und Felix? Der rechnet nicht mit dem Umkehr-Power-up, das Matthias genau im richtigen Moment einsetzt. Der dritte Punkt für Team Gelb besiegelt die zweite Runde. Es steht 1-1 und damit folgt nun die Entscheidung. Team Blau gegen Team Gelb nach wie vor hier. Das ist die einzige Konstante. Ja, das ist eins auf das, was ich verlassen kann hier. Also, früh, ja, eigentlich, ja, doch, sieht ganz gut aus für Team Blau. Die konnten sich hier recht früh bei Laser setzen, aber dann der Umkehr-Power-up. Aber nach wie vor kein Spieler gedownt. Denen beide Teams immer noch auf der Suche nach Lasern, also nach diesen Knotenpunkten, um sich halt eben in eine gute Position zu bringen. Unter anderem damit. Und schönes erstes, ja, erste Runde hier für Sebastian. Der Sebastian war schneller als der Felix, der da auch denselben Laser ins Auge gefasst hatte. Aber beide Teams jetzt hier eher tatsächlich mit dem Auge für die Laser anstatt den Gegner. Der ist schon der Erste wieder aus dem Gegen, geschlitzt worden. Trade wird aber gesetzt und das Blau-Team einmal mehr mit der Oberhand. So, Tim ist wieder im Game dabei. Und das heißt jetzt, beide Teams hier wieder ausgeglichene Verhältnisse. Was die Laser angeht, ein bisschen mehr von Gelb zu sehen. Aber mal gucken, ob sie da auch ein bisschen Kapital schlagen können. Aber da schön, da hat Tim sehr, sehr schön abgewartet, bis da eben der blaue Spieler dann zum Teammate wollte, um ihn zu reviven und genau an den Blade eingesetzt. 2-0 für Team Gelb. Das könnte hier jetzt schon die letzte Runde sein. In diesem, ja, in diesem kompletten ersten Match, was wir hier sehen. Und Team Gelb kann sich hier auch recht früh, ja, nee, doch nicht. Den ersten Tod holen. Ja, den ersten Tod holen. Tim ist da ganz, ganz schnell down gegangen. Aber natürlich sofort der Revive von MADE. Jetzt geht Matthias down. Und Tim ist hier jetzt wieder in einer ungünstigen Position. Aber da geht er gerade noch so, nein! Was war das denn? Ach, er hat da noch beim... Für den Revive hat er sich da in den Laser geschmissen und jetzt wird alles wieder resetet. Also alles auf Null gesetzt. Ein blauer Spieler, der wuselt da noch übers Feld. Aber jetzt der Gelbe. Laser überall auf der Map vertreten anscheinend. Und die Blauen müssen jetzt aufpassen. Der Erste wird schon wieder durch den Laser gefeuert und nur noch Matthias, jetzt alleine gegen zwei. Nein! Shit! Juhu! Zu Null! Yes! Und das gelbe Team trägt den Sieg davon. Ja, genau. So können wir es zusammenfassen. So können wir es sagen. Aber auch noch mal eine deutliche Runde hier zum Ende hin. Also 3-0, das war ja schon... Da hat Team Blau ja überhaupt keine Luft mehr bekommen. Ja, kann man wirklich so sagen. Tja, das ist Laserleak. Aber was sagen denn unsere Profi-Gamer dazu? Ey, es hat sehr schnell Spaß gemacht. Ich finde, es ist halt schön einsteigerfreundlich. Sobald man erst mal versteht, wie quasi diese recht simplen Spielregeln sind, kommst du da ganz gut rein. Übersicht ist ein bisschen schwierig zu behalten. Es passiert einfach so super viel. Ich meine, es ist halt mit grellen Farben überall. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, sie auseinanderzuhalten. Aber auf jeden Fall macht Bock, macht Laune. Mir ist es persönlich viel zu schnell. Also ich finde, gerade am Anfang, wenn man reinkommt, man checkt einfach kaum was. Man muss sich so derbe krass auf seine eigene Spielfigur konzentrieren. Diese ganzen Laser, man peilt manchmal gar nicht, wo eigentlich der Teamkollege gerade ist. Man peilt auch nicht, wo die Gegner sind. Man kann ja an den Seiten links, rechts, oben, unten quasi gegenseitig wieder rauskommen, aus der jeweiligen Wand. Da bin ich auch manchmal ein bisschen überfordert gewesen. Wenn man zu dicht an einer Wand stand und dann nur so ein bisschen den Controller bewegt hat, hat man so derbe sich so hin und her gejiggert, oben, unten, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr wusste, wo ich bin. Aber nach so ein paar Matches bin ich dann reingekommen und hat eigentlich schon Bock gebracht. Spaß macht es, das ist keine Frage. Aber es hat auch ein paar Schwächen. Die Übersicht ist definitiv ein Problem, vor allem zu Beginn. Und auch die Steuerung ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Zum Spielen braucht ihr lediglich einen Stick zum Laufen und die Schultertaste, um eure Fähigkeiten auszulösen. Das ist zwar schön simpel, hat aber auch seine Tücken. Ich finde, es ist ein bisschen unpräzise. Ich habe immer das Gefühl gehabt, bei dem Aktivieren von diesen Laserschranken, dass du halt irgendwas drücken musst. Irgendwie hat mir da was gefehlt, man hat irgendwie kein Feedback bekommen. Ich hätte zum Beispiel gerne eine Taste, mit der ich das machen kann. So, wenn ich zu dem Knotenpuck kommen würde und dann vielleicht so ein kleiner Kreis erscheint, wo ich weiß, okay, jetzt kann ich die Taste drücken, dann die Taste drücken und dann geht das Ding an. Das wäre für mich so was, wo ich sage, okay, das ist eine präzise Eingabe, wo ich auch direkt ein Feedback habe. Wünschen würden wir uns auch Dedicated Server. Momentan hat man online keine Möglichkeit gegen ein Team aus befreundeten Spielern. Das geht bislang nur lokal an einem Gerät. Einen Ladenmodus gibt es ebenfalls nicht. Schade, denn wir könnten uns durchaus vorstellen, dass Laser League mit ein bisschen Feintuning zum E-Sport-Hit avancieren könnte. Die Regeln hat man schnell verstanden. Genug Tiefgang für Profis bietet es allemal und die sechs Klassen sorgen für Abwechslung und machen gleichzeitig einen gut ausbalancierten Eindruck. Als Partygame für die Couch ist Laser League schon jetzt bestens geeignet. Und wer alleine oder mit bis zu zwei Freunden online spielen will, kann dafür immerhin neue Kostüme, Lasermuster und Arenen freischalten. Selbst wenn uns hier also nicht das nächste Rocket League ins Haus stehen sollte, hat Laser League das Prädikat cool mehr als verdient. Ja, Mann! Boah, das war ein nicer Return. So, nach diesem ganzen E-Sports-Gewimmeln ist es jetzt Zeit für Entspannung, denn das nächste Spiel ist etwas für Genießer. Ja, eine riesige Spielwelt, die man in aller Ruhe erkunden kann, schön viele Textboxen zum gechillten Durchklicken und ein Kampfsystem, bei dem man einfach auf Pause klicken kann, wenn es einem zu wild wird. Das ist genau das Richtige für unseren tiefen, entspannten Micha. Ja, geil, hab ich Bock drauf. Und weil er sich so, so sehr auf Pillars of Eternity 2 gefreut hat, haben wir das Spiel Sebastian gegeben. Ah, Micha, dein Wunschthema ist da. Hier, mach einen Beitrag. Oh, was? Ich hab keinen Bock auf die verstaubte PC-Scheiße. Ja, aber ich hab keine Zeit. Und du hast doch Trant letztens auch sein Lieblingsspiel geklaut, oder? Äh, mach du mal den Beitrag. Ja, ja, kein Problem. Ja, komm, ich bin der beste Mann. Neeein! Aber er ist doch noch nicht bereit. Der ist übrigens immer noch sauer. Genau, ich find dich immer noch voll doof. So, und jetzt kannst du mir mein Lieblingsspiel auch klauen, du Arschloch. Aber ich will doch gar nicht. Kann ja gar nicht so kompliziert sein. A plague of Holoborn transformed you into Theos, Ix, Arkanen. Ancient Empire of Anguith. Aethys. Audra. Deerwood. Cadnuah. Aeora. I am Bera. Good. Okay, ich raff original nichts. Micha? Ja, was gibt's denn? Ich raff nichts. Du war ja zu erwarten, du bist ja auch super dumm. Okay, ich erklär's dir mal. In Pillars of Eternity bist du der Wächter. Mit deinen mächtigen Mächten warst du dazu in der Lage, den machtgierigen Magier Thaos Ix, Arkanen zu stürzen. Der hat Götter erschaffen, um der Menschheit Ehrfurcht zu lehren und religiöse Kriege zu verhindern. Also eigentlich ganz cool von ihm. Doch weil er dafür die Seelen von neugeborenen Kindern stehlt, macht dich das mächtig böse. Es setzt also ein paar schallernde Wächterschellen, damit die Welt wieder in Ordnung ist. In deinem eigentlich verdienten Ruhestand bricht aber eine neue, ebenso mächtig bedrohliche Gefahr los. Eotas. Ein Gott, der ausgerechnet in deinem Zuhause erwacht, alles verwüstet, fast alle deine Mitstreiter tötet und dir sogar die Seele entreißt. Weil du aber der mächtige Wächter bist, wirst du kurzerhand wiederbelebt und auf Weltrettermissionen geschickt. Denn du bist der Epischste aller Auserwählten. Nur du hast die Macht. Du musst jetzt die Menschheit retten. Ja, danke Micha. Ich mach da mal weiter und hab den Spaß meines Lebens. Juhu. Krieg ich wohl meinen. Also, erstmal stell ich mir einen Charakter. Den mag ich schon mal. Der scheint genauso wenig Bock auf das alles zu haben. Wie ich. Ich meine, guck dir an, wie der Boy wiederbelebt wird. Keine Faser an dem Typen ist happy darüber. Es sieht so aus, als hätte er kurz die Hoffnung in einem geilen Spiel aufzumachen. Und dann merkt er, scheiße, ist ja Palace of Eternity. Misfortune's brewing topside. They're demanding parley with your captain. Oh, der erste Kampf. Vielleicht wird's ja doch ganz unterhaltser. Ähm. Äh. Okay, der Arschloch-Pirat hat mich zwar nicht gekillt, aber dafür zerbröselt ein Scheißsturm meinen Kahn. Und jetzt? Jetzt fress ich Sand, mein Schiff ist nur noch ein Haufen Holzspäne und meine Besatzung ist im Nirvana verstreut. Die erste Mission steht also fest. Ich muss meine Kameraden retten. Und dafür hebe ich ein Fass, werfe Steine und verpasse einem Wildschwein einen Schlag in den Nacken. Episch. Gestrandete sind gerettet. Ich bin der Held der Stunde. Jetzt dürfte sich endlich die große Spielwelt öffnen. Ich kann ausziehen und das Königreich erkunden. Ich kann Abenteuer erleben. Ich bin ein Eigen auf einer Karte und blicke mich bis zum nächsten Ziel durch. Der Gouverneur von Klein Timbuktu hier ist meine einzige Hoffnung auf ein repariertes Schiff. Stanken wir also mal ein bisschen mit ihm. Ah, yes, there you are. Please allow me to officially welcome you to Port Madge. So, so. Port Madge. Port Madge ist eine der ältesten Kolonien der vailianischen Handelsgesellschaft im Todesfeuer-Archipel. Aha. You're familiar with the luminous Adra-Trade? Äh, nee. Adra ist ein muschelähnliches organisches Material, kann Seelen anlocken und kanalisieren. Okay. Hey, Ranganui, Herrscher des rauertaiianischen Imperiums? Huaner? Rauertai beherrscht von der Aua-Mauernation? Sturmsprecher sind Huanersänger? Bitte was? Der Huanerstamm setzt sich aus Insel-Aumanern zusammen? Stamm, der bekannteste... ...würme von Ondras Mörser... ... ist Seelenmaterie? Nicht nur, dass ich nix verstehe und die Dialoge sich wie Wikipedia-Artikel lesen, die reden auch alle noch so unglaublich viel. Hier unterhalte ich mich grad mit Leuten, die ein komisches Ritual abhalten. Und was machen die? Reden über Religion, reden über Politik, reden übers Leben und reden über Reden. Und dann vergehen plötzlich drei verdammte Tage? Aaaaaaah! Zumindest muss man dem Spiel zugutehalten, dass man sich hier wirklich verhalten kann, wie man will. Ich kann der strahlende Held sein, aber auch ein apathischer Massenmörder, der Reichtum und Ruhe mit purer Gewalt an sich reißt und... Ich bin tot. Das ganze Geseire macht mich fertig. Deshalb hab ich mir jetzt mal eine Nebenmission geschnappt. Ich soll Plünderer vertreiben, die in einem überschwemmten Stadtteil Ärger machen. Das klingt nach Schönem handfesten, draufhauen und später nachfragen. To get this lost, Aimiko, you must have been trying real hard. Die wollen reden? Nach dem Sieg über redselige Plünderer steht das Mikro-Management an. Denn in Pillars of Eternity 2 will alles gemanagt werden. Deshalb muss ich alles und jedem planen, organisieren und aufräumen. Inventarspalten, Ausrüstungsslots, Stufenaufstiege, Fähigkeitenpunkte, Charakterattribute, Einkäufe und Verkäufe, ja sogar Schlaf- und Rastzeiten. Pillars of Eternity 2 fühlt sich an wie eine Pen-and-Paper-Variante meiner Steuererklärung. Okay, jetzt wird's spannend. Ich muss einen versoffenen Kapitän und seine Handlanger aus einem Gasthaus vertreiben. Weil der sich aber wenig nachgiebig zeigt, spitzt sich die Situation zu. Gewalt scheint unausweichlich. Ich kann den Mist nicht mehr spielen. Ich brauch Hilfe. Ich kann den Mist aber nicht mehr. Alter, das Spiel ist voll langweilig. Kannst du es nicht doch machen? Nö. Och, komm schon. Die Welpen-Nummer zieht bei mir nicht, Junge. Ein paar Tipps kannst du noch haben, das war's. Na gut. Aber hier, eine Sache habe ich noch. Zzzzz. War ich nicht. Jetzt holst du mal Maus und Tastatur, die hast du da hinten runtergeworfen, du Idiot. Alter, das warst du! War ich nicht. So, und dafür holst du mich jetzt aus dem Jedi-Urlaub. Was gibt's für ein Problem? Das Spiel ist der Hammer. Aber guck doch mal genau hin. Da bewegt sich einfach nix. Das Spiel ist optisch ein schnarchiges Stillleben, über das irgendwer wie Wild Partikel-Effekte gepinselt hat, damit das auch gar nicht auffällt. Und dann beschreibt das Spiel auch noch Dinge, die ist aber überhaupt nicht visualisiert. Was soll denn sowas? Ja, das ist das Problem. Pillars will nicht optisch protzen, sondern deine Vorstellungskraft anregen. Ja? Was? Ja. Grafik ist nur ein kleines Zahnrad im Spielsystem. Viel wichtiger sind Beschreibung und Dialoge. Die zeichnen ein viel beeindruckenderes Bild, als es die krasseste, hochauflösendste, schickimicki-Textur je könnte. Du musst dich halt nur drauf einlassen. Ja, ein paar Dialoge waren schon ganz schick. Na siehste, konzentrier dich genau darauf. Dann macht's auch gleich richtig Bock. Und die Kämpfe erst. Gegen das Meer aus taktischen Möglichkeiten wirkt Dark Souls wie ein kleines, popeliges Planschbecken. Es gibt Klassen und Multiklassen, superviele Talente und Optionen. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen überwältigend für einen simpel gestrückten Konsolenjuckel wie dich. Hey! Aber wenn du dich langsam rantastest, kommst du da schon rein. Fang mit einfachen Klassen an und pausier die Kämpfe wirklich oft, damit du strategisch vorgehen kannst. Schau mal, ein Raum voller fliegender Mistviecher und Explosivfässer. Pritzel da mal ne Feuerkugel rein. Aha, okay, ich glaub ich raff's. Ja, gut. Vielleicht stellst du dich das nächste Mal nicht treu doof neben die explosiven Dinger, du Blitzbirne. Aber ich glaube, du verstehst vage, worauf ich hinaus will. Naja, das war's an Tipps. Mach du mal den Arschloch-Piraten platt, der dein Schiff zu Sperrholz zerraspelt hat. So, ich muss jetzt wirklich weg, ne? Tschüss. Äh, okay, danke, glaub ich. Ich glaub, ich geh mal die Aufgabe vom Gouverneur an, damit der mein Schiff repariert. In einer Ausgrabungsstätte soll ich für ihn nach einem verschollenen Forscher suchen. Ein paar leichte Gegner wisch ich mit Simsalabim und Nasehorn beiseite. Dann räum ich noch so eine in Flammen stehende Schatzkammer aus, weil ich klug bin. Feuer, 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 Feuer! Meine Truppe entwickelt sich so langsam. Feuer waren's lumpige Landstreicher, jetzt sind's die heftigsten Krieger. Perfekt. Hm, ich hab mein Schiff wieder. Jetzt steht mir die Welt wirklich offen. Jetzt räche ich mich am Arschloch-Piraten. Jetzt in Not. Ich hab's zum Piratentyp geschafft. Zeit für süße, blutriefende Rache. Wo kommt jetzt? Scheiße, das ist gut. Ich hab's mittlerweile echt drauf. Ich bin dem Geheimnis um den amoklaufenden Götterknilch noch ein ganzes Stück nähergekommen, aber noch lange nicht am Ziel. Ich habe mein Schiff mit Besatzung, Proviant und Kanonen ausgerüstet. Okay, Seeschlachten per Multiple-Choice-Fragebogen sind schon A-Claim. Aber egal, das alles kickt mich jetzt irgendwie trotzdem. Die Geschichte saugt mich dank tollem Writing völlig in sich auf. Es gibt vielfältige Sidequests, moralisch ist hier nichts Schwarz und Weiß und jede Entscheidung ist ein Tanz auf dem Pro- und Kontra-Drahtseil. Ach, es ist alles echt überraschend toll. Ich glaub, ich spiel noch ein bisschen weiter. Hier gibt's noch so viele Geschichten, die ich noch gar nicht erlebt habe. Was ist denn hier los? Es stinkt wie Sau. Hast du das ganze Wochenende durchgezockt? Ja, und jetzt halt die Klappe und lass mich weiterzocken. Sauber, Junge. Mann, ich raste hier gleich komplett aus! Wieso, was ist denn los? Keine Ahnung! Wie jetzt? Mann, ich weiß nicht, was los ist! Mir sagt das ja keiner! Aber... Was ist denn mit Krogi? Was soll sein mit mir? Bei mir gibt's natürlich die wöchentliche Ladung. Geile News! Und wir starten mit dem Leak der Woche Rage 2. Das hätte Bethesda sicher lieber auf der E3 angekündigt. Da letzte Woche aber diverse Gerüchte und Halbinfos im Netz die Runde machten, zog der Publisher die Enthüllung notgedrungen vor. Rage 2 entsteht in Kooperation bei den Just Cause-Machern Avalanche und id Software, den Entwicklern des ersten Teils. Die versprechen eine gigantische Open World in endzeitlicher Mad Max-Ästhetik. Die überdrehte Baller-Oper rund um Menschen, Monster und Mutanten steht für 2019 in den Startlöchern. Nach dem phänomenalen Debüt der Monster Hunter-Sage auf PlayStation 4 und Xbox One dürfte hierzulande so mancher Nintendo-Fan auf frisches Jagdfutter für die Switch warten. Jetzt hat Capcom euer Flehen erhört! In Japan ist das Ganze bereits seit letztem Jahr unter dem Namen Monster Hunter Double Cross für 3DS und Switch erhältlich. Ende August steht der Ableger dann auch bei uns als Monster Hunter Generations Ultimate in den Läden. Dann allerdings exklusiv für die Switch. Im Vergleich zum modernisierten Monster Hunter World setzt Generations Ultimate auf das traditionelle Monster Hunter-Spielgefühl, kommt mit der bislang größten Kreaturensammlung daher und unterstützt auch die Touchscreen-Funktion der Konsole. Da wetzen wir doch gern schon mal die Messer. Breaking News! Oho, was macht denn der Ingo in den News? Der grätscht mal eben dazwischen, weil so ganz kurz vor knapp noch was richtig Spannendes reinkam. Call of Duty Black Ops 4 wurde nämlich endlich enthüllt und hat auch gleich die heißesten Gerüchte der letzten Wochen bestätigt. Der neueste Ableger hat tatsächlich keine Singleplayer-Kampagne mehr. Stattdessen bietet Black Ops 4, neben herkömmlichen Mehrspielergeballere und dem altbewährten Zombie-Modus, nun auch einen trendigen Battle-Royale-Modus namens Blackout. Also ganz schön was anders beim nächsten Call of Duty. Wie Erzrivale Battlefield dagegenhalten will, erfahren wir am 23.Mai. Und damit, sorry fürs Stören, zurück zu dir, Krogi. Und weil im Gaming-Terminkalender aktuell richtig was los ist, steht unser heutiger News-Ticker ganz im Zeichen von Neuankündigungen und Verschiebungen. Also, Freunde, zückt eure Kalender. Kommt sehr bald. Passend zur laufenden Saison arbeitet Codemasters an Formel 1 2018. Das Spiel wird bereits im August erscheinen. Dauert noch. Die düstere Endzeit-Ballerei Metro Exodus wurde von Herbst diesen Jahres auf das erste Quartal 2019 verschoben. Dauert länger. Auch die Arbeiten an Shenmue 3 gehen nicht voran wie geplant. Statt im zweiten Halbjahr 2018 ist der Release nun für irgendwann 2019 angepeilt. Dauert noch länger. 2K Games hat ein, Zitat, heiß ersehntes Spiel vom aktuellen auf das nächste Geschäftsjahr verschoben. Damit erscheint eine von, Zitat, 2Ks größten Marken vielleicht erst Anfang 2020. Wir tippen mal auf Borderlands 3 oder ein neues Bioshock. Dauert noch verdammt lange. Wie GSC GameWorld bestätigt hat, befindet sich Stalker 2 in der Entwicklung. Der Release ist jedoch erst für 2021 angesetzt. Bereits in diesem Herbst servieren die Indie-Rockstars von Devolver einen besonderen Leckerbissen für alle Retro- und Satirefans. Ford Parkers Crunch Out nennt sich die skurrile Kooperation von Devolver und Megacat Studios. Darin schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden, fiktiven Finanzchefs von Devolver, dessen Ziel es ist, mit eiserner Hand eine Gruppe Programmierer zum megaerfolgreichen XXL-Entwicklungsstudio zu drillen. Damit wollen die Macher auf die extreme Stressbelastung aufmerksam machen, unter der Spielemacher oft zu leiden haben. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen entsprechend einer gemeinnützigen Organisation zugute. Das Spiel selbst ist auf 1000 Exemplare limitiert, kostet etwa 50 US-Dollar und kommt als waschechtes Super-Nintendo-Modul daher, das sowohl auf PAL als auch auf NTSC-Geräten gezockt werden kann. Damit bin ich raus für heute, aber zum Abschluss gibt's was zum Schmunzeln aus der Welt der Virtual Reality-Fails. Haut rein. Auf geht's. Oh, you fass! Oh, clever! Oh, man! Did you go down? My fucking gun, put my hand to the table! Oh, shit! I put my hand to the table, I keep going for it. Medic. Oh, shit. Medic for Charlie. That was amazing. Halt dich fest, jetzt hab ich einen echten Geheimtipp für dich. Tschüss, los. Forgotten Anne. Klassischer 2D-Sidescroller, stammt von einem dänischen Indie-Studio und spielt in einer Dimension, in der sich alle Gegenstände finden, die irgendwo vergessen wurden. Auch meine Steuererklärung? Ja, aber das Beste kommt noch. Was denn? Es ist schön. Aber wie schön? Megaschön. Es ist wunderschön? Super, mega, ultraschön. Der ist Todesmal 2 mit Schönheitstopping und extra viel Schönheit obendrauf. Schön. Ja. Das Square Enix Collective ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Es ist eine Plattform, auf der junge Entwickler eine Spielidee präsentieren können, woraufhin die Spieler-Community entscheidet, ob diese Spielidee umgesetzt werden soll oder nicht. Und wenn eine Idee für gut befunden wird, unterstützt Square Enix den jeweiligen Entwickler mit Feedback, finanzieller Unterstützung und Distribution. Einige Spiele sind bereits unter dem Label erschienen, wie etwa der Arena-Klopper Deadbeat Heroes, das Point-and-Click-Adventure Tokyo Dark oder auch der recht bekannte Ego-Puzzler The Turing Test. Das neueste Baby mit Square Enix Collective-Stempel ist nun Forgotten N. Ein 2D-Adventure mit einem charmanten Anime-Look vom dänischen Studio ThruLine Games. Forgotten N zeigt uns zunächst, was mit vergessenen Dingen geschieht. Gerät ein Gegenstand in Vergessenheit, weil wir ihn nicht mehr brauchen oder wir ihn aus den Augen verlieren, so wie dieser Bunsenbrenner aus unserem Requisitenlager, dann verschwindet er und fällt in eine andere Welt. Eine Welt, die fast ausschließlich von lebenden Gegenständen bevölkert wird. Der Nächste, bitte. Na endlich. Sag mal, was ist denn hier los, Alter? Eben war ich noch bei der Game-Tour-Redaktion, und jetzt bin ich hier. Das hier ist die Welt der Vergessenen. Das bedeutet, dass man sie vergessen hat. Scheiße. Und jetzt? Jetzt kriegen Sie von mir eine Arbeit zugeteilt. Mal sehen, was... Halt, stopp! Den übernehm ich. Order von Meister Bonko. Die sollen zur Werkstatt bringen. Aha. Na dann. Ey, ich kenn dich doch. Schnauze, Neuer. Und komm mit, ich zeig dir den Weg. Du bist doch der prachtvolle Eimer aus Folge 65. War ne geile Show, Dude. Ja, aber jetzt sei ruhig. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Wir haben einen Weg zurück in die Game-Tour-Redaktion gefunden. Echt? Ihr habt einen Weg hier rausgeschw... Halt die Fresse, Mann. Wenn uns die Hüterin erwischt, kommen wir nie heim. Die Hüterin, von der der prachtvolle Eimer spricht, ist Anne. Sie sieht nach dem Rechten und setzt das Gesetz von Meister Bonko durch, der in der Welt der Vergessenen das Sagen hat. Bonko lässt gerade eine sogenannte Ätherbrücke bauen, mit der die Vergesslinge wieder zurück in die echte Welt gelangen sollen. The Aetherbridge is our number one priority. Und das klappt nur, wenn sich alle ordentlich verhalten, die Regeln befolgen und arbeiten. Jedoch tun das nicht alle. Als Rebellen einen Anschlag verüben und so die Anima-Versorgung der Stadt teilweise lahmlegen, ist es an Anne, die Schuldigen zu finden und die Ordnung wiederherzustellen. Das tut sie einerseits durch Gespräche mit den Vergesslingen, zum anderen nutzt sie aber auch ihr Arca. Das ist ein besonderer Handschuh, mit dem sie Anima-Energie aus Kanistern aufnehmen kann, um sie an anderer Stelle einzusetzen. Etwa um Licht anzuschalten, Maschinen in Gang zu setzen oder um Ventile von Anima-Leitungen umzuschalten. Das Arca ist aber nicht nur ein Werkzeug zum Lösen von Rätseln, sondern auch Annes Dienstwaffe. Wohin gehen wir? Wir holen noch jemanden ab. Bunsenbrenner, das ist Stein. Stein, das ist Bunsenbrenner. Stein, was geht? Geiler Auftritt damals in Folge 49. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey Stein, alles okay? Oh mein Gott. Was'n? Die Hüterin muss ihn destilliert haben. Das heißt? Er ist tot. Scheiße. Und jetzt? Feuerbestattung. Okay. Alter, der lebt ja noch! Hm, er hat wohl nur geschlafen. Egal, der hält das aus. Von Destillation spricht man, wenn Vergesslingen ihr Anima entzogen wird. Und genau das macht ihr, wenn es die Situation erfordert. Ein Rebellenschall bricht in eure Bude ein? Hasta la vista! Ein Rebellen-Lautsprecher will nicht kooperieren? Nimm das! I'm not saying anything. Allerdings lässt euch das Spiel oft die Wahl, wie ihr reagiert. Ihr müsst niemanden destillieren, wenn ihr nicht wollt. Vielleicht reicht es schon, einfach nur einen schärferen Ton anzuschlagen. Oder ihr versucht es auf die freundliche Art. Wie ihr mit den Vergesslingen umspringt, beeinflusst auch den Spielverlauf. You're lucky I'm in such a hurry. Consider this a warning. Next defense and it's straight to the plant. Neben Gesprächen und Puzzles machen auch Plattform-Passagen einen Teil von Forgotten Anne aus. Anne kann sprinten, springen und sich an Kanten hinaufziehen. Und für größere Distanzen nutzt sie ihre mechanischen Flügel. Allerdings dürft ihr euch die Jump'n'Runerei lange nicht so dynamisch vorstellen wie in einem reinen Jump'n'Run. Dafür steuert sich Anne viel zu träge. Achtung, da ist die Hüterin. Wir müssen warten, bis sie weg ist. Okay. Was macht die denn da? Keine Ahnung. Anscheinend kriegt sie's nicht gebacken. Sag mal, wie blöd ist die denn? Scheiß drauf. Wir gehen woanders lang. Die träge Steuerung ist aber gar nicht so schlimm. Zum einen sind Sprungpassagen rar gesät und extrem simpel. Zum anderen steht ja gar nichts auf dem Spiel. Ihr könnt nicht sterben und um Schnelligkeit geht es auch nie. Und zu guter Letzt gewöhnt ihr euch recht schnell an, eure Kommandos einfach einen Tick früher einzugeben. Wenn ihr das drauf habt, gehören misslungene Sprünge der Vergangenheit an. Viel mehr gibt es über Forgotten Anne nicht zu sagen bzw. wollen wir nicht sagen, weil wir dann in Spoilerregionen vorstoßen müssten. Abgesehen von der etwas trägen Steuerung und einigen undurchsichtigen Rätseln, bei denen ihr eventuell das Trial-and-Error-Prinzip anwenden müsst, ist alles in Butter. Der handgezeichnete Animationsstil ist wunderschön anzuschauen und lässt euch oft glauben, dass ihr gerade einen Anime-Film spielt. Und auch die Geschichte, die durch die interessanten Charaktere und das tolle Voice-Acting hervorragend transportiert wird, trägt sehr zur Motivation bei. Yes, Chief Inspector Magnum, I'm here. Please update me on. You know my name. The Enforcer is here and she knows my name. Man will irgendwann schon wissen, wie das Ganze ausgeht. Forgotten Anne ist mit einer Spielzeit zwischen 7 und 8 Stunden zwar nicht übermäßig lang, kostet zum Start aber auch nur einen schmalen Swanny. Daher können wir es Adventure-Fans bedenkenlos empfehlen. So, da sind wir. Das ist unser Versteck und das ist Kaffeemaschine. Was? Du hier? Wie konnten die dich denn vergessen? Stopp! Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen durch das Portal. Alle bereit? Dann los. Yes! Wir haben euch! Yes! Oh shit, was ist das? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Wohin sonst? Doch. Und das ist klar. Das ist doch super, was hast du. Ach, Kacke. Das ist doch super, was ist das? Ja. An dieser Stelle wäre die Sendung eigentlich vorbei. Eigentlich? Ist sie jetzt nicht vorbei? Weiß ich gar nicht. Warte, ich guck mal kurz nach. Äh ... Ja und? Kommt jetzt noch irgendwas? Ähm ... Hier sind noch ein paar besonders witzige Outtakes und irgendwas mit Abo und Glocke. Nee, das ist damit die Leute abonnieren, das brauchen wir nicht. Ja, ja doch, doch, da steht sehr wichtig drauf. Nee, machen wir heut nicht. Wiederschauen. Äh, reingehauen. Ah, Micha, da hast du auch drauf gewartet. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu Game Two. Heute Themen ... Nein, heute Themen. Heute Themen ... Die Themen. Doch, heute ... heute Themen. Ich hab keine Zeit. Du machst das jetzt. Du hast ja letztens auch schon selbst wieder weggeschnappt. Stimmt. Und bisschen ... äh ... Und bisschen ... Ein bisschen, bitte. Aber ich will doch gar nicht. Okay, muss ich wohl. Danke, Sophia, dass ihr den Hälfte wohin getastet. ARD Text im Auftrag von Funk